Martin Erlacher, Fachlehrer, Berufsmann und jetzt auch hier vom neuen Service-Lehrbuch. Zuerst noch mal eine Frage. Wenn wir nach Frankreich schauen, gibt es dort im Service noch einen Berufstolz? In welches Kaffee auch man geht, wenn er nur ein Croissant und Kaffee serviert, legt er einen Berufstolz sonst den gleichen an den Tag, den man bei uns eigentlich gar nicht so sieht, warum nicht mehr? Warum nicht mehr, ist vielleicht eine Frage, vielleicht müsste man auch anders fragen, hätte es ihn je schon mal so gegeben in der gleichen Form? Es gab vor etwa 10-15 Jahren in Südtirol eine Kerner-Ausstellung im kleinen Sissi-Schloss und da haben Autoren historisch ein wenig geforscht. Und ich war dort an diesem Meeting dann auch und schlussendlich sind wir dann schon, da hat sich eine Erkenntnis heraus gekristallisiert, dass in all den Ländern, wo eine Monarchie vorhanden war, also sprich Österreich, Deutschland, Italien, Südtirol, Frankreich, Spanien, England, wo eine Monarchie da war, ist der Status eines Dieners ein anderer gewesen. Zum Beispiel ist das auch so, wenn man jetzt in Österreich schaut, ich weiss das selber aus unserer Verwandtschaft heraus, wenn du sagst, ich bin Diener am Hof des Kaisers, dann bist du in deinem kleinen Dorf, bist du mit deiner Familie einfach in einem höheren Status gewesen automatisch. Und anders gesagt, bei uns in der Schweiz, wenn du ein Knecht gewesen bist, beim Vogt, das ist ja unsere Adelsgrösse, wenn man so will, da zu haben, dann bist du wirklich ein Klav gewesen, ein Knecht. Und die Erhaltung, die heben heute noch. Da bin ich mir nicht so sicher, ob diese Form bei uns hier schon mal existiert hat. Das ist noch interessant. Das würde bedeuten, dass wir eine Unterscheidung machen müssen zwangsläufig zwischen Berufstolz und Fachkenntnis. Weil wenn ich das so los höre, müsste man in der Schweiz über das Beherrschen des Handwerks zum Berufstolz kommen und nicht vom Dienen. Genau, also ich glaube, wir sind mehr handwerklich, Gastgeber sein, das ist mehr unsere, eine andere Rolle vielleicht, in der wir uns da rein schlüpfen müssen. Auch wenn wir jetzt zurück in der grossen Hotellerie-Geschichte, oder 1880, 90, an St. Moritz, ich meine, wer hat da die Service gemacht? Das waren die aus Italien, das waren nicht Schweizer. Wir haben zwar das Gastgebertum, wir haben ja perfekt umsetzen können. Und ich glaube, dorthin in Richtung handwerklich Perfektion. Wir haben ja letztes Jahr ein neues Berufsbild beschlossen. Wie ist eigentlich die korrekte Bezeichnung für das? Restaurantfachmann, Restaurantfachfrau, Restaurantangestellte. Und unter seinem Qualifikations... Profil. Profil. Ich sehe ja auch nicht geülle Leute. Qualifikationsprofil. Gut, er macht nichts mehr, was ist nicht. Wir haben jetzt ein neues Qualifikationsprofil. Was bedeutet das Ganze mit diesem neuen Beruf? Ja, was bedeutet das Ganze, ist vielleicht ein wenig differenzierter, spezialisierter, auf den Punkt kommunizierter. Sag ich jetzt nochmal so. Wir benennen das, was wir vorher schon gemacht haben. Also wir haben vorher schon Kaffeeservice gemacht, wir haben vorher schon Teeservice gemacht. Das wird jetzt aber ein wenig mehr benannt. Vielleicht auch noch eine marketingtechnische Geschichte. Wir gehen aber auch mit der Zeit. Das heisst, in den Betrieben aussen hat ein Barista eine ganz andere Bedeutung. Ich meine, das können wir nicht einfach grosser Companies überlassen. Und da müssen wir als Gastronomie einsteigen. Dann müssen wir unsere Leute dort, in diesen Bereichen fundiert ausbilden. Das ist ganz klar. Ich meine, das sind so Strong Selling Points, wo wir Kohlen verdienen. Und dort müssen wir wirklich auch schauen, dass wir bei den Leuten sind. Dass unsere Leute fachlich top sind. Dass sie auch Auskunft geben, eben über neue Entwicklungen und die Trends auch umsetzen. Da sind wir unsere Jugend schuldig. Das bedeutet ja aber eigentlich auch, dass man wieder ein paar Schritte zurück muss. Und als Handwerk wieder führern holen, was man in den vergangenen Jahren über Bord geworfen hat. Ja, über Bord geworfen haben wir es eigentlich nicht so explizit. Man hat es einfach nicht geschärft. Und dann haben wir es wirklich geschärft. Das heisst, wir geben dann wieder mehr Raum in der Ausbildung. Wir geben dann mehr Raum in der Berufsschule. Das heisst, du darfst wieder Lektionen an für Mise en Place. Für das Thema Mise en Place. Weil jeder, der in der Gastronomie tätig ist, ist nur ein gutes Mise en Place. Das erleichtert mir nachher die Arbeit, ob das Küchen oder Hauswirtschaft ist. Also solche Sachen haben dort Platz. Und ich glaube, das ist wichtig. Das Grundlagen müssen wir nicht verloren haben und die Skills geschärft werden. Also wenn man es ja despektierlich sagt, hat man ja die alte Berufsbezeichnung Kellner zu einem modernen Tellerschlepper degradiert. Sehr oft in sehr finnen Restaurants. Und jetzt kommen plötzlich all diese Sachen ja wieder zurück. Wie flampieren, drangieren. Hat das auch damit zu tun, dass man das Handwerk wieder schärfen muss? Ja, ich glaube wirklich schärfer kommunizieren. Aber was wir etwas falsch verstanden haben in dieser neuen Ausbildung ist, dass jetzt zwar nicht alle flampieren und drangieren müssen. Das ist gar nicht die Idee dahinter. Die Idee dahinter ist wirklich, dass man auch den Betrieben die Chance gibt, sich einzubringen in diese Ausbildung. Das heisst, der Lehrling, der Lernende, der in einem Betrieb lehrt, und drangiert flambiert, weil es dort zum Betriebskonzept dazu gehört, und darum hat er auch Erfolg, dann soll der das auch an einer Lehrabschlussprüfung demonstrieren können. Ich war einfach wahnsinniger Gegnerin davon, dass hier alle drangieren können und die Forellen auseinandernehmen können und in ihrem Leben noch nie eine Forelle waren, respektive bei euch und das kann nicht das Ziel sein. Aber das Ziel muss sein, der, der das drei Jahre gemacht hat, Profi, dort die Skills entwickelt hat, der sollte das demonstrieren können. Der, der in einem Leserbetrieb war, der einen Barista hat, der Kaffeespezialität hat, und das haben wir ja länger in ihm, der das im Fotodron steht, dann sollte er das präsentieren können. Und dieser Weg, das ist ein moderner Weg, und dieser Weg müssen wir auch gehen. Jetzt habt ihr eine neue Lehrbuchreihe gemacht, für den neuen Beruf, der Restaurant Fachmann EFZ. Ich kann es auch noch richtig aussprechen. Was ist Besonderheit daran? Ich glaube, die Lehrbuchreihe, die wir hier machen, es hat zwei Grundlagebücher und vier Kompetenzbücher, das heisst wirklich die einzelnen Kompetenzen komplett abdecken. Die sind neu, also ich sag jetzt mal, noch nicht da gewesen, als Konzept. Wir arbeiten so ein bisschen mehr Fachbuchmix mit Lehrbuch, also so ein bisschen Wissen stark, vertieft, von Profis erarbeitet. Das ist noch ein ganz wichtiges. Wir arbeiten damit unglaublich viel Leute zusammen aus der Branche heraus. Wenn ich einen darf nennen, zum Beispiel ist Willi Schmid, Käseweltmeister. Also wenn es irgendein Profi gibt, dann ist es er. Und mit ihm zusammen haben wir den ganzen Thema Bereich Käse. Und da sind wir neue Wege gegangen. Das heisst, wir haben wirklich jeden Käse mit seiner AOC beschrieben, Charaktere beschrieben, Willi Wien dazu. Und alle Themen sind im Abschluss von Geschicht, Herstellung, Sorten, Vielfalt, bis zum Verkauf, Service, Hygiene, also da sind wir in einem gesamten Päckchen drin. Und die Inhalte, die sind so breit, aber jeder, der bis jetzt schon mal dringeschaut hat, hat mich so extrem interessant, weil du immer wieder auf jeder Seite hast wieder so einen Lüpfer drin. Hast du gewusst das? Oder man hat das und das wegen dem und dem gemacht. Also immer wieder so einen kleinen Schupfer, der einem wieder eine Motivation geben, um nochmal einmal nachzulesen. Also was er gemacht hat, ist in dem Fall auch Produzenten oder Leute, die sich tagtäglich mit einem Produkt auseinander beschäftigen, die auch in das Lehrbuch reinzuhalten. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wir arbeiten so in einer kleinen Triage. Wir haben auf der einen Seite Fachlehrer, haben wir, aber nicht zum Inhalt zu schreiben, als solches. Vielleicht beklebe ich nur zusammen, ich schreibe dort nicht einmal einen Inhalt, aber mehr so ein bisschen konzeptionell geht es da. Und danach arbeiten wir mit Profis, die wirklich dann Inhalte prüfen, ergänzen, schreiben, Inputs geben, aktuelle Sachen geben, zum Beispiel Tina Wagner von der Lengaste. Sie ist absoluter Profi im Tee, da gibt es glaube ich niemanden, der in der Schweiz so fundiertes Wissen hat. Und mit ihr haben wir den ganzen Teebereich neu aufgeschafft. Und aber auch, und jetzt kommt, nicht nur ihr Wissen, sondern eben auch Industriewissen dritte. Das heisst, wir haben da so noch ein wenig ein Mix gemacht, zwischen Tee-Kultur, chinesische, japanische Tee-Kultur, aber auch das koloniale Tee-Geschichtchen fliesst dort hinein, weil das hat auch noch Existenz bei uns in der Gastronomie. Also das findet man beides. Also mit industriemeischer Tee-Beutel? Also nicht mit Tee, sondern einfach industriell hergestellten Tee, mehr englische Kultur, wo man so in Indien, Sri Lanka kann so diese Geschichte machen. Und da findet alles Platz drin. Und der dritte Punkt ist, wir haben Profilektorat, wir haben wirklich Profis, die Texte analysieren, den roten Faden herausfinden, den roten Faden definieren und Grafiker, die eigentlich nichts anderes machen als Lerninhalte in Lehrbüchen aufbereiten. Und das ist für mich ein zentraler Punkt, weil nur das Bild in eine Tee ist eine Sache. Aber Skizzen und Bilder kombinieren, richtig glitern, sodass das auch Spass macht am Anliegen, das ist etwas anderes. Also geht es um, dass das didaktische Zeitgeist entspricht, damit man es verstehen kann. Genau. Was bedeutet das, nehmen wir mal die Tee raus, was bedeutet das an Anzahlseiten, wenn ich so banal frage? Viele. Viele. Also wahrscheinlich der Erste, der das aufmacht, und sagt, da muss ich jetzt alles wissen. Nein. Wir haben versucht, eine Sprache zu wählen, die durchgängig ist für Attestausbildung, Restaurationsfach, also EFZ, wahrscheinlich auch noch den Namen gewinnen, Restaurationsfach, Berufsprüfung, also bis unten, selbst schon ein Hotelfachschuh, also durchgängige Sprache, einfach verständliche Sprache, kleine Textpassagen, so als Lehrer bist du eigentlich wirklich genug, dass du sagen kannst, da mit euch mache ich nur das, da nehme ich das, dann gehe ich weiter. Also es hat viele Grundlagen und du kannst selber rausfiltrieren, was du möchtest. Tee bringen wir auf etwa 60 Seiten. 60 Seiten? Ja, es ist das erste Buch, wo bildlich auch alle Abläufe, also du siehst dir in meinen, wie wird ein schwarzes Tee gemacht, wie wird ein grünen Tee gemacht, wie wird ein gärner Tee gemacht, und so weiter. Also gut, mit Tee kann man ja generell ganze Bücher füllen, aber in einem Lehrbuch auch 60 Seiten, das tut mir auch schon, dann kannst du sicher mal jede Richtung vornehmen, wo du dann auch noch noch mehr Details besuchen musst. Das ist ja so. Also grundlagerlich ist dann im Vordergrund. Also wenn man gehört Menge, dann meinen wir immer, ja jetzt, wenn es noch jede hinterletzte Pflanze in jedem Teeanbaugebiet wissen, nein, nein, nein. Sondern wir geben denen Sachen Platz, die notwendig sind. Das heisst der Tee Serbius hat sehr viel Platz dort drin. Wir haben allein 5 Seiten nur über Tee Konzepte in der Gastronomie. Das heisst, welche Art von Tee biete ich an einem Frühstücksbuffet, welche Art von Tee biete ich in einem Spezialitätenristen an. Also an diesen Sachen geben wir Platz. Und das sind fundamentale, wichtige Sachen. Letztendlich müssen wir aber auch sagen, geht es darum, und jetzt kommen wir wieder zum Berufsstolz zurück, dass doch unsere unsere Lernenden ausreicht haben, mit ihren Kollegen, die in anderen Berufen sind, ich weiss ja nicht, irgendeiner studiert vielleicht Medizin oder so, und hat so eine Reihe Fachbücher, der soll doch auch dürfen, ein solches Buch zum Regal ausziehen mit Stolz und sagen, das ist mein Fachwissen. Geht es auch um das? Ja, das ist mein persönlicher Anspruch, weil ich den Berufsstolz natürlich habe. Ich will, dass der Service ein schönes, gutes, fundiertes, Grundlagenwissenbuch hat. Das soll attraktiv sein, mit sehr viel Bildmaterial mit Videos kombiniert, das hat es auch drinnen. Und es ist nicht nur das Buch, es ist auch digital. Das heisst, mit jedem Buch, das man kauft, hat man automatisch einen Code dabei, und somit hast du die digitale Welt, weil wir gehen auch immer wieder mit Links aus dem Buch heraus und dann kannst du in der digitalen Version gerade automatisch auf den Link anklicken und dann geht das weitere Dokument auf. Also wir gehen auch neue, moderne Schritte natürlich. Dann können wir auch sagen, wenn wir es ganz vereinfacht sagen, das Lehrbuch ist auch mobile-tauglich, Smartphone-tauglich. Es ist Smartphone-tauglich, es ist Tablet, also immer Desktop, das ist alles und auch ein Lehrer oder auch ein Berufsbildner im Betrieb hat genau das gleiche Mehrwissen wie ein Lärmende. Das heisst, jeder, der das Buch kauft, egal wer, hat den Code und kommt zu dem Zusatzwissen dazu. Und das sind auch Fragetools drin in den Bundern usw. Das ist eine ganz übliche Geschichte, die jeder hat.